Ich bin Balthasar, ich bin 24 Jahre alt, ich benutze im Deutschen vor allem S- und Er-Pronomen und im Englischen They-Pronomen und ich identifiziere mich als nicht-binär und als asexuell und auf dem aromantischen Spektrum. Wie identifizierst du dich und was bedeutet das für dich? Ich bin in meinem Leben durch ganz viele Identitäten durchgegangen, ich habe so ganz viel ausprobiert und habe irgendwie immer wieder festgestellt, dass nichts so richtig passt und irgendwie sich alles nicht so hundertprozentig anfühlt. Und deswegen war für mich das Label Asexualität so das erste, was ich gefunden habe, was richtig gepasst hat einfach. Das bedeutet für mich, ich empfinde keine sexuelle Anziehung gegenüber Menschen, egal welchen Geschlechts. Und ja, das war so das erste Label, was ich gefunden habe, was für mich so richtig geklickt hat. Und eben das mit dem aromantischen Spektrum, das bedeutet für mich, dass ich ja auch nur sehr wenig romantische Anziehung gegenüber anderen Personen empfinde. Also ich verliebe mich nicht so, wie andere Personen das tun. Und ja, das sind einfach zwei sehr wichtige Labels für mich geworden, weil die viel besser das beschreiben, was ich empfinde, als es zum Beispiel das Label Queer für mich getan hat, was auch. Also damit habe ich mich lang identifiziert und das war auch ein sehr wichtiger Schritt für mich. Aber da hat mir dann irgendwie einfach immer noch was gefehlt, so eine genauere Beschreibung, dass ich einfach Leuten besser sagen kann, wie ich mich fühle und wer ich so bin. Hast du auch schon andere Labels benutzt? Ja, also ich glaube, ich habe so, als ich 13 oder 14 war, irgendwie angefangen, mich als bisexuell zu identifizieren, weil ich irgendwie so festgestellt habe, ja, ich finde Frauen eigentlich ganz gut so und ganz interessant so. Und ich habe so meine Gefühle gegenüber Männern und Frauen nicht so wirklich unterscheiden können. So, das war für mich irgendwie alles so auf einer Ebene, alles auch irgendwo unterschiedlich, aber ich habe jetzt nicht sagen können, so das eine, das sind jetzt diese romantischen Gefühle, von denen alle reden. Und das andere, das ist halt irgendwie nur freundschaftlich oder so, sondern für mich war das irgendwie alles so mehr oder weniger das Gleiche. Deswegen war so Bisexualität das erste Label, was ich so gefunden habe. Ja, habe dann aber halt mit der Zeit irgendwie so festgestellt, ja, eigentlich interessiere ich mich, also möchte ich ja zum Beispiel gar keinen Sex mit Männern haben, so. Vielleicht bin ich dann doch lesbisch, also das war dann so die andere Überlegung. Habe dann aber auch irgendwann festgestellt, ja, eigentlich will ich insgesamt keinen Sex haben, egal mit wem, so. Ja, deswegen, also das waren so ganz viele Schritte und das ging eben von Bisexuell über Lesbisch über Queer, bis ich dann eben Asexualität und Aromantik als Labels gefunden habe, ja. Also, ich glaube, 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 Vielen Dank.